Beide kennen sich zu gut um alles was war zu vergessen. Die beiden kommen sich immer näher und sie entfernt sich immer weiter von ihrem eigentlichen Mann Thomas. Sie sagte erst kürzlich wir beide haben nicht viel gemeinsam außer jetzt das Kind, aber wird das reichen fragt sich auch Florian denn er hofft immer noch dass seine Ex zu ihm zurückkommt. Er hat ihr ja immer wieder unter die Arme gegriffen und kann einfach nicht anders, als immer an sie zu denken. Auch ihr geht es nicht anders als sie zuletzt auf der Bühne stand passierte es sogar, dass sie statt ihrem Mann Thomas den Namen Florian gerufen hat. Wie peinlich. Findet Thomas auch aber das macht ihr nichts aus. Die beiden verstehen sich so gut man kann sagen wie Bruder und Schwester. Beide überlegen ernsthaft ob sie wieder zusammenziehen wollen. Vorerst einmal auf Probe aber wenn sie sich weiterhin so gut verstehen dann könnte es sein, dass sie Thomas nicht mehr braucht. Ein Reporter soll zuletzt ein Telefonat belauscht haben, wo Frau Fischer das gesagt haben soll. Es sieht alles danach aus als würde sie wieder zu ihm zurück wollen Florian würde sich freuen so viel steht fest. Ob daraus etwas wird werden wir sehen.